Ja und damit ein herzliches Willkommen aus Papelburg, meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauer. Ja ihr seht es, ich befinde mich mal wieder hinter dem Spectrum of the Sea. Ich wollte schon beantworten darauf, was ich sage. Aber es ist jetzt mal sehr gut. Ich bin heute an meinen Ruhestoff hier hingefahren. Ja ihr habt einen Tag, also wann hast du gekommen? Wir weißen und ich habe gesagt noch einen guten Tag, dass das Video fertig gemacht. Und ich wollte euch heute mal ein bisschen so mitnehmen, was ich heute gerade erlebt habe. Ihr hättet es gerade mit den Sturmen erleben müssen. Es war richtig heftig, ich habe mich in der Brust heute mit dabei gefahren. Ja ihr seht hier, da haben wir hier los. Ja gut, wenn Michelle das sieht, das geht jetzt nur an Michelle. Ja du hast ja gerade gesagt, ich habe dir auch gesagt, dass ich hier hinfahre zu Spectrum of the Sea. Das war ja auch mit Lade. Aber er wird nicht gut. Das ist ja vorhanden. Das ist ja vorhanden. Das ist ja ganz gut. Das ist ja für mich. 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 Das war dein Bekabel. Das ist ja für mich. Das sind einige Gebäude. Ja gut. Ihr werdet noch mal Raumnahmen ziehen und ich würde sagen, das war es dann von mir. Und man sieht es nicht. Ciao. Ich würde sagen, das war es dann von mir. Ich würde sagen, das war es dann von mir. Ich bin jetzt rumgefahren, weil die Seeschweiß ist dicht. Da sieht man, dass da hinten zwei Kräne stehen. Da hinten stehen so auf jeden Fall zwei Kräne. Und ich war dann hier auf dem Bauteil jetzt. Aber ich schätze, vielleicht ein kleines Video zu kommen mit dieser Langbahn. Aber mehr werde ich auch nicht versprechen. Ja, wie gesagt. Da hatten wir es fertig. Kommt dann jetzt in den nächsten Tagen. Und ich glaube, das ist dann schon unten. Der Playlist zu haben. Und ich kaufe das Wasser von mir. Ja, wie gesagt. Schön, dass das Wetter heute noch ist. Ja, guck. Ich sag mal dann. Ciao. Und man sieht dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.